Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Playtime New Super Mario Bros. Wii. 100% Run. Und wir waren letztes Mal stehengeblieben nach Roy's Castle, zwischen Castle und ja, machen wir jetzt mal das Game's House. Das haben wir im letzten Part nicht mehr reingekriegt, weil der dann sonst zu lange geworden wäre. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt das erste Mal in Game's House spielen, ich glaube schon. Bei dem Game's House funktioniert es so, das sind Monopkanonen. Und du hast einen Schuss frei und du musst halt mit Neigen zielen und dann mit zwei Feuer. Man kann sich jetzt hier eine der Kanonen aussuchen, ich nehme jetzt mal die. Jetzt muss ich halt neigen und dann im richtigen Moment zwei drücken zum Schießen. Um am besten möglichst für den Leben abzustorben. Man sieht, ob ich eine gute Zahl erreiche. Naja, zwei Leben, das geht schon. Das ist besser als nichts. Und ja, dann machen wir, beginnen wir mal mit Level 2,4. Oh, das ist das Level. Hier weht ein Sturm. Spricht, das ist ein so etwas sonderbares Level. Weil jedes Mal ein Sturm weht, wird man halt weggedrängt. Und ja, der Cooper wehrt sich da auch gerade, wie man sieht, gegen den Sandsturm. Aber es ist ein echt nicht leichtes Level, vor allem, wenn man all Starfans will. Und ab jetzt weiß ich auch gar nicht mehr so gut, wie die Starfans waren. Hier könnte einiges sein. Nee, hier waren nur Münzen. Oh, nee, gleich ist ein Sturm. Aber wir können ja da reinspringen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir schon eine Starfans ausgelassen haben. Nee, sieht nicht so aus. Ach ja, man kann ja, wenn der weht, da mit so Wandsprüngen arbeiten. Also, das ist ein echt tricky, ich hoffe, das Level. Okay, dann bleiben wir hier stehen. Ich bräuchte jetzt einen Propellerpilz eigentlich am besten. Der würde mir hier am meisten helfen. Oh oh, jetzt kommt ja wieder, der Sandsturm. Okay. Bisher läuft es zwar gut, aber ich finde, die erste Starfans nicht. Boah, da könnte ein gutes Item sein. Vielleicht der Propeller. Probieren wir es mal mit Amlauf. Oh, das will nicht so ganz klacken. Wobei, ah, wir könnten es schaffen, wenn wir es von da unten machen. Ah, dieser Sandsturm ist echt schlimm. Okay, stellen wir uns noch einmal hier dahinter. Wir müssen einfach nur an die Leiter dran springen. Jetzt geht er voll klar. Und dann kriegen wir einen Propeller. Und mit dem lässt sich das Level schon viel besser spielen. Also bloß nicht verlieren. Vor allem, weil wir ihn durch für einen Starfans brauchen. Ich weiß gar nicht, ob der Abgrund war. Aber ja, scheinbar. Ja, da geht es jetzt rein. Ich hoffe, das ist dann die erste Starfans. Aber die werden dann sehr spät dran. Hoffen wir mal, dass es die erste ist. Ja, da brauchen wir auch Propeller. Ne, es ist die zweite. Oh, wie ärgerlich. Wir haben die erste verpasst. Oh, wo könnte die gewesen sein? Ich renne nochmal das Level vielleicht ein bisschen zurück, wenn nicht immer dieser Sandsturm wäre. Und wenn ich nicht so fällen würde, wie der letzte Kack-Affe. Oh, oh. Nicht gut. Okay, ich lasse lieber mal die Starfans. Ich glaube übrigens, das hier soll so eine Feuerblume darstellen mit dem Kopf. Und unten noch den Münzen. Wobei, wenn hier oben dann hier Propeller ist drin, es wäre gut. Boah, es ist echt einer drin. Wir haben Glück. Da unten ist jetzt die nächste Starfans. Das Problem ist nicht leicht zu holen. Denn man muss dann mit dem Sandsturm mitspringen, rechtzeitig, sonst schafft man es nicht. Okay, aber wir haben es geschafft. Läuft doch. Wir haben nur die erste Starfans leider verpasst. Lieber nochmal warten, eine Runde, nicht dass wir sterben. Aber da wir jetzt dann beim nächsten Run von Anfang an den Propellerpils haben, können wir es da viel besser probieren. Und dann können wir die erste Starfans suchen, mal onscreen. Und wenn ich sie ewig nicht finden sollte, cutte ich. Oh, ich habe eigentlich ganz gutes Gewissen. Boah, das nächste sind zwei Levels und eins hat, glaube ich, zwei Exits, das Pils Level. Egal, das müssen wir erstmal hier die erste Starfans finden. Und es tut mir übrigens leid, dass gestern kein Video kam, aber ich hatte da keine Zeit zum Aufnehmen. So, wo könnte die erste Starfans sein? Oh, da muss sie doch sein. Vielleicht hier drin. Aber da haben wir doch eigentlich schon geschaut, oder? Da war sie doch nicht. Oder ist sie hier etwa doch? Man sieht sie nur irgendwie nicht. Nee, die ist hier nicht. Ja, wo könnte die Starfans sein? Ich habe keine Ahnung, wo die Starfans ist. Die erste. Vielleicht aber auch einfach hier hoch. Alter, dieser Sandstuhl. Oh, ja. Hier. Das war als voll Zufall und Lack, dass ich dies getroffen habe. Aber ja, doch, hier ist sie. Oh, toll. Mit 500 machen wir es am besten so, so geht es am schnellsten. Okay. Wir können also nur hier raus. Bei der Pflanze. Machen wir uns hier die Blöcke richtig zum Weg. Dann können wir easy dann auch raus wieder aus der Stage hier. Und dann cutte ich euch mal bis zum Ende des Levels. So, jetzt haben wir die erste Starfans auch gekriegt. So, was ist das nächste Level? Das hier. Okay, das ist noch das leichtere Level, soweit ich weiß. 2, 5, warte mal. Äh, das war das mit die Porky's. Okay, das Level ist definitiv erträglich. Also, wir dürften eigentlich keine Probleme haben, hier durchzukommen. Erst recht nicht mit Propeller-Pilz. Failen ist hier nicht erlaubt. Und vor allem kriegen wir jetzt Yoshi auch noch. Das heißt zwar, dass wir jetzt kein... Ach, aber hier waren die Starcoins so fies versteckt. Genau so war das. Ich glaube, für irgendeine Starcoin braucht man dann sogar Lakitu. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick hier im Sandraum zu rennen. Das fiese ist allerdings, man muss hier runter. Das ist auch was, was man eigentlich doch nicht erraten kann, einfach so easy. Manchmal frage ich mich schon, wie fies sie die Starcoins platzieren. So, und jetzt schlagen wir ihn mit seiner eigenen Maffe. Muss die zweites Starcoin? Hier? Ne. Aber die ist hier irgendwo, glaube ich. Da oben dann wahrscheinlich. Und raus geht hier. Also läuft bisher doch ganz souverän. Ich glaube aber jetzt hier irgendwo ist dann dieses Starcoin, wo man Lakitu für braucht. Ah, Yoshi müssen wir wohl opfern. Oh ne. Oh, dass das gezählt hat, wusste ich jetzt nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt getroffen worden wäre. Jetzt müssen wir uns halt beeilen. Ja, denn die ist halt nicht lange. Ich dachte aber, dass ich den Flug noch abkomme. Die ist jetzt hier irgendwo. Wir brauchen Lakitu's Wolke. Ah, wo ist Bond? Ne, wieder. Ich glaube, er ist hier. Ja. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Das ist so fies. Der kämmt da immer so weg. Der weiß wirklich immer, was man macht, Alter. Alter, wie ich Lakitu hasse. So, jetzt müssen wir uns aber schaffen. So, jetzt müssen wir uns aber scha-ha-hautsch schaffen. Okay, das wird jetzt sehr schwer. Okay, das wird jetzt sehr schwer. Hoffentlich schaffen wir's. Ich glaube, wir werden fällen. Ich glaube, wir werden fällen, wenn wir uns nicht schaffen. Oder? Vielleicht, wenn wir den Sprung exakt timen, könnten wir's schaffen. Aber er kämmt über uns gerade. Nein, ja, es gefehlt. War aber klar, der Typ ist ein Asi, Alter. Ja, ich hasse ihn. Weil er einen richtig prediktet immer. Ich nehm jetzt auch meinen Propeller, ist mir egal, weil... Äh, Stern sogar vielleicht. Weil ich will jetzt einfach nur diese Starcoin... Ach, es gab nicht mal einen Checkpoint. Ja, dann hätte ich den Stern nicht nehmen müssen. Fuck. Ich dachte, dass die haben ein bisschen Herzentwickler und Baum und Checkpoint, ne? Der Chill war wohl früher. Ich hab keinen Bock mehr auf Checkpoints. Finde ich schon mal fair. Alter, bleib bloß weg, Lakitu. Nein, jetzt bin ich da hängen geblieben. Das geirte mir noch fast mein Yoshi. Und ich hab ihn mir fast selbst geirrt. Okay, ich hab ihn mir selbst geirrt, aber ich muss einfach da runter jetzt. Okay, wo ist das Viech? Da ist das Viech. Okay, wir können's noch schaffen. Jetzt einfach ein bisschen mehr Skillen. Das ist nicht Skillen. Das auch nicht. Ja, okay, wir haben Yoshi, aber draußen. Das wäre so skillig und cool gekommen. Aber warte, gibt's da nicht irgendwas, wenn man die frisst, so, während sie so rund sind? Ich würd's sogar riskieren, um wieder groß zu werden. Ja, klar gibt's da was. Vielleicht sogar was noch Besseres, wenn man's nochmal macht. Schauen wir mal. Nee. Aber gut, dann kann ich mich bei denen aufbrischen. Yoshi ist jetzt eine wichtige Hilfe. Kaum sag ich das, verliere ich ihn. Wir müssen das jetzt schaffen. Nein, ich mach auch jedes Mal den gleichen Fehler. Ich hasse diese Welt. Die Wüstenwelt ist die hässlichste Welt wahrscheinlich von allen. Da ist wahrscheinlich die Lava-Welt leichter. Alter. Das ist doch echt ein Witz. Sorry für das viele Gefail, aber die Welt hasse ich. Boah, jetzt könnten wir's auch schaffen. Los. Jetzt müssen wir's schaffen. Geht doch. Nicht dein Ernst. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Nee, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. Ey, ich hasse Mario. Mario, nee. Welt 2 ist einfach nur scheiße. Bringen wir sie schnell hinter uns. Was gibt's hier denn für ein Item, wenn man keinen Propeller hat? Kein zu sagen. Man soll das Ganze nur mit Yoshi machen. Alter, das ist doch so ein Witz. Das macht keinen Spaß mehr so. Und dann geiert man die Yoshi auch noch. Ich hasse Lakitu. Das ist so ein ätzendes Viech. Auf Wolken. Lakitu ist einfach ein ätzender Spast. Der wird verbannt aus der Mario-Series. Okay, wir haben aber Yoshi immerhin jetzt wieder. Ist klar. In dem Part will auch gar nichts laufen. Genauso wie in dem anderen davor. Aber glaub mir, in den anderen Welten bin ich wieder besser. Ich hasse bloß die Wüstenwelt so sehr. Weil sie halt auch einfach echt scheiße ist, die Wüstenwelt. Wenn's ein Ausgebot der Hölle gibt, dann ist Lakitu. Ach, man kann ihn in dem Teil essen. Okay, das wusste ich nicht. So, und wenn wir jetzt nochmal sterben... ...dann kotze ich aber. Es ist mir jetzt so egal, dass ich nicht das One-Up gekriegt hab. Oh, man. Ich hätt' nicht gedacht, dass ich so schlecht werde bei dem Let's Play. Und jetzt kommen hier so Sandfälle, die einen dann hier rüberbringen. Aber aufgepasst, die gibt's für solche Gegner im Sand. Soche wie den Gumm bei der ersten Welt. Ja, dann würd' ich sagen, mach ich jetzt zumindest noch die normale. Ausgang von dem Level hier. Es ist schon echt uncool. Aber die Musik hier ist wenigstens cool. Aber das Level weniger, weil wir müssen jetzt auf diesem Block hier reisen. Ja, wir müssen den ganzen Weg auf diesem Block reisen. Und wenn wir nicht den Propelop-Hill zerwischen, dann sind wir sowieso tot. Weil das Level ist richtig schwer. Also für solche Noobs wie mich. Alter, was war das jetzt? Ja genau, hier geht's in die Röhre rein. Da dürfte die zweite Starcoin sein. Nehmen wir uns den Propelop-Head. Und das ist zwar nicht nötig, aber egal. Und dann lassen wir den da einfach liegen. Haben sie... Wow. Haben sie hier wenigstens sehr wärmer Halbzeit eingebaut. Aber jetzt kommt die Assi-Hälfte des Levels. Und jetzt kommt dieser Feuerspucker. Der behindert uns natürlich so gut er kann. Oh, da wird der jetzt gerade gar nicht gerechnet. Naja, und wenn er alle Feuerbälle verspuckt hat, dann explodiert er so. Jetzt muss ich ein bisschen riskieren. Give me that life. Oh, und jetzt beginnt der pure Spaß. Jetzt sind wir nämlich klein. Oder normal. Hier hochwerten wir müssen, nämlich für den Secret Exit. Aber wenn wir uns natürlich so billig am Ende treffen lassen, geht das nicht mehr. Aber ich glaub, den Secret Exit schneid ich euch sogar noch rein. Dann haben wir ein bisschen mehr gehabt in dem Video. Was wir nicht nur so wenig erreicht haben. Ja, und so kommen wir dann auch zu Roy's Castle. Aber mit dem Secret Exit kommen wir dann halt noch zu ne geheimen Sache. Das seht ihr ja gleich. Ich werde jetzt das Level nochmal spielen. Bis gleich, Leute. Also Leute, hoffen, neuen Try. Ich bin jetzt wieder an der Stelle ungefähr angekommen. Hoffentlich schaffen wir es jetzt. Ohne uns von dem Drecksack ownen zu lassen. Ach, da ist das erst. Und wir haben es wieder nicht geschafft. Toll. Dann schneide ich euch nochmal da hin. Also, hallo Leute. Ich hab euch jetzt das mal geschnitten, bis ich das geschafft hab. Es gab einige Fails. Und wenn ich das jetzt hier nicht schaff, dann hab ich keinen Bock mehr. Das war echt grauenvoll, Leute. Wie oft ich jetzt hier gefällt. Wenn ihr dann da oben eben in diese rote Röhre kommt, dann gibt's den Secret Exit hier in diesem Level. Und der bringt euch zur nächsten Kanone. Die war allerdings natürlich nicht benutzt, weil wir keine Welt skippen wollen. Und dann würde ich sagen, das war's auch mit dem Video. Und wenn's euch gefallen hat, dann könnt ihr eine positive Wertung da lassen. Und dann bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.